Hey und herzlich willkommen back auf meinem Kanal. Wir werden heute mal ein paar Bad Wars Runden spielen. Mit dabei ist der Lehrer Herr Schmidt. Hallo. Aka auch Nick. Wir spielen heute einfach ein bisschen auf dem Hypixel Server Bad Wars, weil wir keine Videoideen haben und ich ein Video heute auf jeden Fall rausbringen wollte. Ich sehe, du hast Zigzag Pack, ne? Zigzag 4. Auf dem Lock. Naja, schwarz. Viel Spaß mit dem Video. Wir spielen hier mit Sasukis Textur Pack, God and Demon Pack. Sehr nice Textur Pack auf jeden Fall. Von ihm gepixelt. Und, ähm, ja. Ich bekomme zu Weihnachten nur ne Maus, deswegen lass es mal kurz Klicktest. Normal Klicks und jetzt war der vielleicht. Ich hab einfach nur 10 CPUs mit Butterfly, ne? Ich hab auch nur mit Butterfly 10 CPUs. Ne, 11. Aber, wo sind wir? Hilfe! Copyright Strike! La la la, ich bin der Copyright Strike. Ich muss kurz gucken, welcher Skin du bist. Da, der Lila. Jo Leute, das war die erste, äh, jetzt, äh, jetzt beginnen wir mit der ersten Runde. Wir haben noch keine Runde gespielt. Wir haben noch keine Runde gespielt. Wir haben noch so einen kleinen Frosch im Hals. Und wir sehen uns hier in der ersten Runde. Frag nicht, frag nicht, warum da heute schon, äh, steht zwei Stunden Spielzeit. Das war ich nicht. Das war mein kleiner Cousin. Tschüssi. Grüße, Kinder auf dein Steam. Heute reden wir über unseren Partner. Heute reden wir, äh, zu unserem, äh, heute, haben wir uns, äh, Partner, und zwar Krallhütte Deutschland. Das war's für Deutschland. Grüße geht aus an Sparkoff, ich mag dich nicht. Und an seine Schwester. Nein. Ich hab dir einen Böll am Arm gesteckt. Du bist ein Böll am Arm gesteckt. Digga, Junge. Was du für eine Phobie hast? Ölgrün? Ja! Bro, der hackt. Slash-Reports. Ja, uh, meine Arme. Du kleine Tochter. Ich mag tanzen. Ich mag Autos. Ja! Nimm das! Nimm das! Ich hab ne Hitbox wie kein anderes Stück Sch***. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Bruder! Warum sind wir wieder tot? Willkommen im Toilett. Bereits sind wir jetzt in der richtigen Map. Das ist jetzt unsere erste Runde, Leute. Ey, guck mal, was ich kann. Ich bin wie so ein Auto, was nicht anspringt. Ja, hast du Down-Syndrom oder was, Junge? Ich bin wie so ein Auto, was nicht anspringt. Digga. Nächster komm, ich wollte es direkt. Kam diese... Bro, ich hab... Bro, hör auf, hör auf, hör auf. Ich hab Dings. Ich hab Stein. Guck mal. Hör, du kleine Hup. ja an meinem bett und dann kommt wieder kopfschmerzen mann du guck doch nicht bros guck nicht Leute ich verricke hier nicht das ist nur hey Nick wir machen so ich gehe direkt auf Gegner alleine drauf und du baust ein okay bitte wir müssen jetzt Taktik machen wir haben davor nichts gemacht ich hab doch mal ja juckt mich nicht nur übertreibt nicht dieser es ist nicht wahr was haben die für ein bot eben das war's mit dem Video ich hoffe euch hat es nicht gefallen lassen gleich noch mal und tschüss